Servus, servus und nochmal servus meine lieben Freunde der Sonne. Heute sind wir mal im Tierpark, aber nicht in Linz wieder, sondern einmal in der schönen Schweiz in Basel. Der ist relativ modern, da gibt es über 500 verschiedene Tierarten. Wir starten jetzt einmal eine in die Meereswelt und nachher gehen wir da noch ein wenig spazieren in die äußere Welt der Tiere. Ja und dann würde ich sagen, startet das Video schon. So, dann nach zahlreichen Fotos mache ich wieder einmal ein Video. Wir befinden uns da jetzt in einem Haus, wo lauter Meeresziere drin sind, lauter Fische von Abelszeit, alle Sorten durch. Ja und überall gibt es solche Vitrinen, wo man durchschauen kann. Hinter jedem befindet sich was anderes. Seesterne haben wir schon gesehen, Quallen, Schwertfische. Weit oben sind dann Schildkröten, Pinguine. Ja und da ist der Zoo in Basel relativ modern eingerichtet. An manchen stellen Bands sogar nach um. Aber gefällt mir gut. Ich möchte jetzt, schnell, 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 schnell. Ich möchte jetzt so etwas machen, aber eigentlich Rei Okay! Vielen Dank. 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 Servus und bis zum nächsten Mal.